Willkommen zurück zu den Pokémon Leuchten der Perle. Ich bin hier zurück nach Hubelsstadt gerannt, denn ich habe gemerkt, die Clowns sind weg. Nach irgendeiner bestimmten Zeit, nach dem ersten Orden, gehen dann die Clowns weg. Und jetzt, wo sie weg sind, können wir in dieses Gebäude rein. Und ihr werdet schon sehen, warum mir das so wichtig ist, hier in dieses Gebäude reinzugehen. Oh, die Musik. Apropos die Musik, ich habe es ein bisschen lauter gemacht tatsächlich, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, man kann den Sound hören, aber man kann ihn nicht sehr gut hören. Und ich dachte, vielleicht mache ich es ein bisschen lauter. Wenn das jetzt besser ist, dann schreibt es mir gerne mal rein. Ich werde es erstmal ein paar Folgen so lassen und dann auch mal weiterschauen, wie das so läuft. Ich meine, solange man den Sound in jeder Folge hören kann, ist es ja eigentlich ziemlich egal. Manchmal wird es besser, manchmal nicht. Mehr als Gesang, mehr als Tannen, so sehr liebe ich, Pokémon. Na, sollen wir kämpfen? What, die wollen kämpfen? Alle oder nur sie? Ich werde bald Pärbespots im Fernsehen ausstrahlen lassen, um so noch mehr Kunden ins Kaufhaus zu locken. Cool. Da in der Ecke finden sich regelmäßig Trainer ein, die Lust auf einen Pokémonkampf haben. Früher fanden dort Gesangswettbewerbe statt, doch heute dreht sich alles ums Kämpfen. Aha. Im zweiten Stock kannst du dir Aufzeichnungen dazu ansehen, wie viele Kämpfe in Folge du gewonnen und wie viele Pokémon du gefangen hast. Du kannst dir dort übrigens auch Aufzeichnungen anderer Trainer ansehen. Aha. Sag mal, dekorierst du deine Ballkapseln ebenfalls mit Stickern? In der Galerie im ersten Stock kannst du Ballkapseln in Aktion sehen, die von überaus erfahrenen Erinnerleitern entworfen wurden. Ja, ist das so? Wollen wir uns das mal anschauen, das Ganze? Irgendwo kann man hier noch coole Sachen bekommen. Das habe ich eigentlich hier, weil man hier auch Sachen bekommen kann. Hier sind coole Kameras. Okay. Sieht ein bisschen aus wie so NDS. Mit den Farben, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Welche Accessoires passt mir am besten zu meiner heutigen Kleidung? Du hast doch schon ganz viele Accessoires. Du brauchst nicht noch mehr. Der Star von morgen bist du. Dein Pumppmann schreit ja förmlich. Und deshalb habe ich dir ein Geschenk für dich. Ah, danke für die Blütensticker. Ich hoffe, du wirst viele weitere Sticker finden. Ja, bestimmt werde ich die finden. Oh Gott, das ist ein riesiger Ort hier. Bei Jubelstadt TV. Erinnert und Erinnert, der innen sind sowas von cool. doch man bekommt sie hier wohl erst zu sehen wenn man sie im kampf innen besiegt hat genau ja kennst du die kapseldeco erfahrene alle da bewundern das sind die sticker von fight dem erhältliche ärztlinge aber hier hat es anscheinend sehr viel mit kapseldeco zu tun das war früher nicht so ich habe bei der pokémon-notation hier im erdgeschoss ein glücksein gewonnen eine pokémon-lotterie im erdgeschoss ich habe bitte damit an tresen geredet wir kommen bei der pokémon-lotterie sie ist ein bloß dessen normal zumindest teilweise mit der idee eines deiner pokémon zu übereinstimmt er hätte einen tollpreis da kommen let's go 23 297 nein ich habe nur drei pokémon ja gut hier ist auch im fahrstuhl habe ich ein bisschen angst dass es ein bisschen zu lange wird dieser ort wir wollen auch schließlich weitermachen der rahmen für die gruppen klassifizierung befindet sich in der beine treppe gleich daneben liegt der raum für die internationale klassifizierung aha kostet riesig hier etwas ganz tolles herausgefunden wenn man viele punkte tauscht hat man eine größere chance bei der pokémon-lotterie zu gewinnen ja da hast du recht hey du da wie geht's dir ich bin der t4 produzent zur weiteren planung unseres programms ist uns die meinung von zuschauerinnen wie dir besonders wichtig da hast du so gut dass die zeit nimmst was seine lieblingsweise sendung sticker club ein hoch auf knuspe pokémon alarm alle glücklich wifi connection bänden das bänden ist schon mein lieblings pokémon alarm müssen wir mal aufmachen das ausgerechnet so ein programm deinen geschmack trifft zeigt mir dass du in der branche den durchblick hast eine solch schlaue zuschauerin hat sich eine extra portion sticker verdient bitte ja ist glaube ich egal was man da wählt man kriegt immer sticker ja ja komm lass mich haben wir gerade schon gemacht weiß ich bin noch mehr sticker bekommen von dem aber egal aufzeichnungen von rekorden sind klasse denn man spielt förmlich all die dramatischen geschichten die hinter den bloßen zahlen verborgen liegen aber es gibt einen bestimmten grund warum ich eigentlich hergekommen bin wie bitte mein name steht nicht in der rangliste das soll wohl witz sein andererseits habe ich auch noch nie an der super wettbewerbs show teilgenommen ich wette das wäre ein irres gefühl wenn ich hier die nummer eins ziehen würde ich bin beschäftigt ich nehme gerade feineinstellungen an diesen dingen da vor dieser ort ist aber auch koppelt neuer jemand hatte meinen rekord empfang von bohren gebrochen ich werde seinen rekord brechen und meinen platz zurückerobern speedrunner be like ich bin wirklich sehr unter ungeschickt wenn es um bogen kämpfe gilt aber davon lasse ich mich trotzdem nicht entmutigen ich versuche stattdessen einfach den weltrekord im angeln verbund aufzustellen was auch gut du 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 findest eine range der mitgeber der gruppe weil ich den rang der anderen sehr sport mich das noch mehr an wenn nicht kann doch nicht schlechter abschneiden als meine freunde die sagen das ist so was fall ist ich werde auch eine gruppe gründen und gegen meine freunde eintreten okay ein riesengott das hier wirklich ist aber jetzt habe ich letzte endstation er kann mitmachen soll hat das motto unseres fernsehsenders ja hallo so siehst aus wie müsste importen vielleicht bringt unsere unser fernsehsender deine heldentaten einmal auf die matscheiben dieser welt ok jetzt bin ich verwirrt eigentlich bin ich aus einem bestimmten grund hier dann muss ich wohl noch mal online nachschauen wo man das was ich hier wollte bekommt dass du ausgerechnet diesen spruch kennst zeigt mir dass du in der branche durchblick hast okay ich konnte gerade nur eine sache wählen du bist auch bummer drin habe ich recht dann lasse ich meine beziehungen spielen und sorge dafür dass du von nun an bestimmte geschenke halten kannst aha jetzt genau deshalb bin ich her gekommen denn bei diesem mann kann man geheimgeschenk freischalten das geht übrigens nur innerhalb bis ende februar ungefähr so 21 februar glaube ich war das sogar bis dahin könnt ihr ja bei dem mann geheimgeschenk freischalten und dann einfach ganz viele coole sachen bekommen wie wird sehen werden wir kriegen nämlich ein manapfi von den sternen schnuppen runter oh das sieht voll cool aus manapfi ja so sieht ein manapfi aus anders als ein normales ei ja toll und modeartikel geschenkt wir kriegen klamotten leute das heißt wir sehen nicht mehr so aus wie aus diamant und perl sondern stattdessen sehen wir aus wie aus aus ähm aus platin ja wann man das anziehen kann keine ahnung aber irgendwann wird man das schon anziehen können so da habe ich es jetzt gefunden und ähm will ich den kampf hier ausprobieren ich meine nicht wirklich ich weiß auch nicht wie stark sie ist und ich habe mich geheilt deshalb ähm ich könnte mir gerne sagen wie stark die ist ob diese level 20 drüber oder was auch immer ähm wir sehen uns wieder wenn ich wieder dort bin wo wir letzte folge aufgehört haben so machen wir nun weiter mit dem eigentlichen spiel hier sind wir noch eine trainerin und die möchte kämpfen ich denke ja pokémon die soll sich duften naja blumendamen halt ne die labern alle das gleiche mit ihren knospis ja wie ihr es schon seht in der letzten folge haben wir ein neues team mitglied gefangen tails und ähm wir haben auch ein mann ab 4 1 jetzt ähm das stimmt einfach nur indem ihr euch rum bewegt einfach aus euch rum bewegt das hat nicht mal irgendwas mit warten zu tun einfach bewegt euch viel rum irgendwann schlüpft es und dann habt ihr mann ab wie was ein mythisches guckmann ist mythical was äh genau so in der gleichen Kategorie ist wie hierarchie und Mew die wir in letzter oder vorletzter Folge weil auch immer das war gesehen haben ja gegen Klotzviewee zu kämpfen ist zwar ein bisschen schwierig weil wir haben noch kein pokémon was feiertacken kann aber ich kann euch jetzt schon sagen so langsam fängt sich unser team an aufzubauen du und ich hoffe das war eine gute entscheidung die musik hoch zu drehen und ich hoffe man kann mich auch gut hören oh nein wieso kann Knospi sowas wieso egal komm Tails kriegt die Level die es verdient schön ruch zu kippen erlernt immerhin etwas brauchbares jetzt habe ich das leider gespielt sorry irgendwas von ja ich liebe duftende pokémon und voll cool ja wenn du viele Bären pflanzt wird auch dich ein süßer Geruch angeben ja ja Moment ist hier ein Item ja ein Gegengift kann man hier finden so jetzt kann man entweder rechts abkürzen durch den Gras oder wir kämpfen hier der läuft nämlich im Kreis und man könnte an ihm vorbeilaufen aber ich möchte natürlich kämpfen es liegt dann weiter weg zwischen Flori und Ewigenau genug Zeit also für einen Kampf ja da hat er recht zwischen Ewigenau und Flori ist nämlich doch der große große Wald zu dem kommen wir nämlich auch gleich hin der ist nämlich der Gransch oben schon das ist jetzt so blöd ich habe immer noch keine Wasserattacken ich weiß nicht auf welchem Level ähm Barmelin irgendwelche Wasserattacken erlernt aber ich hoffe nicht zu spät weil wenn das zu spät ist dann kann ich es auch nicht mehr gebrauchen das wäre ziemlich lame 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 ich kann nach Funfact ich glaube sogar dass Chekereien äh ne nicht Chekereien ähm Chellast das Pokémon ist was sich wirklich am spätesten entwickelt von allen Startern was hat sich jetzt auf Level 18 entwickelt und ich meine die meisten Starter wickeln sich so auf Level 16 also ich weiß nicht ob es stimmt aber das ist so mein Eindruck so auf mein Wissen her was ich jetzt noch so im Kopf habe oh yeah ich habe kein kampfunfähiges Pokémon mehr kampffähiges Pokémon mehr ist alle kampfunfähig geworden jetzt ha mit einem Pokémon an meiner Seite macht Camping einfach immer Spaß cool Tipps für Trainer die Items in deinem Beutel werden automatisch der richtigen Tasche zugeordnet wie praktisch so ein Beutel ist wirklich ein unerlässlicher Begeister für jeden Trainer und jeder Frau na gut heutzutage auch jedem Mann mit so Beuteltaschen die viele auch tragen ich nicht ausgerichtet hier muss ich mich verlaufen hier hast du dich verlaufen wie wir sind nicht mal im Wald also wenn ich im Wald verläufe kann ich das auch verstehen aber hier wahrscheinlich ist dann genauso blöde wie du ja okay ich habe gerade ein Gegendift gefunden und mein Checkrat ist vergiftet aber noch bin ich sparsam noch weil ich bloß diese Items lieber erst so gegen Ende oder bald wenn ich halt weiß dass ich viele von diesen Items habe wenn ich halt nichts habe und das dann gefühlt verschwende dann fühlst du dich einfach blöd an ein Blattwerk brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weil wir haben jetzt Rasierblatt und ich werde Blattwerk nie wieder benutzen ich meine man kann sogar wie in den letzten paar Gents nachschauen wenn man jetzt auf den Tacken geht und dann irgendwie Elgo tut hält oder so kann man da sehen was genau das macht hier mit Y kann man was da fühlt sich aber 100 Genauigkeit und hier 55 und 500 Genauigkeit ja 5% dass es nicht trifft aber 5% macht jetzt wirklich nicht so viel aus ganz ehrlich da ist der stärkere Angriff bei 5% weniger aggressive mehr wert ich persönlich weiß nicht wie ihr das so seht falls ihr lieber mit Attacken spielt die 100% nicht treffen aber naja du bist auf jeden Fall schon mal weg und okay dann muss ich wohl ein Check rein heilen oder ich muss halt zurück rennen aber wer hat denn Zeit für sowas also ich auf jeden Fall nicht her erst verliere ich die Orientierung nur noch auf den Kampf ja und was als nächstes deine Geldtasche ja dank fürs Geld ne ich hab mich immer zu den Bergen verirrt und ehe ich mich versah war ich ein Wanderer ja gut ja gut so kann das auch mal passieren und nochmal und das Gegendgift kommt dazu von denen haben wir nämlich drei dann brauche ich ja gar nicht mal so sparsam damit zu sein Apropos ähm Apropos 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 hier ist ein Bambi nicht cool aber wir haben schon eins ich wollte mal kurz erwähnen dass wir den Pokédex wahrscheinlich sogar vollfüllen werden in diesem Spiel also offscreen natürlich ich möchte jetzt nicht im äh Let's Play alles zeigen wie ich alle fangen Hey beim Kämpf kenne ich keine Nachsicht ja ich auch nicht ähm ich werde wahrscheinlich offscreen alle Pokémon fangen ähm oh die sieht hübsch aus ähm weil man kriegt da auch coole Sachen für und ich hatte auch vor dass wir mit den coolen Sachen die wir bekommen coole Sachen machen ja ich versuche gerade ohne zu spoilern zu reden aber ich weiß nicht ob das irgendwie die Message ankommt ist ja auch eigentlich egal wir werden bestimmt noch heute den Wald sehen die Route ist nicht mal so lang hier ist eigentlich schon so ziemlich das Ende da sind noch zwei Trainer oder so und dann war's das du 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 wirst dich nicht angreifen können denn ich mache dich Feuer platt du 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 duu oh 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 ouch ach volltreffer ich wollte schon sagen er hat doch normal so viel Damage gemacht Vor allem bin ich ja auch entwickelt. Also ja, Schelke rein kann sich nochmal entwickeln. Aber das dauert noch. Ich gebe mich geschlagen. Du spielst einfach in einer anderen Liga. Ja. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, wo ich mit meinem Können stehe. Und zwar ganz unten. Oh, Roasted. Nein, keine Ahnung. Ja, die will noch kämpfen. Dann haben wir rechts noch eine gesehen. Ich bin doch unschlässig. Soll ich mich ein bisschen amüsieren? Ja, warum nicht denn? Was spricht denn dagegen? Oh, Plimpfer. Sie hat einfach einen Plimpfer. Welchen Level denn? Kann man Babelina gegen kämpfen? Man kann es ja mal ausprobieren, oder? Bam. Ich finde es auch übrigens sehr, sehr cool, wie sie Pokémon uns einfach so umschauen. Das finde ich echt cool. Das war noch nie so. Es war wirklich in keinem einzigen Boomanteil so, dass sie sich umschauen. Und es macht so wenig Damage, es wird mir langweilig. Ach stimmt, ich wollte die Textboxen auch noch ändern. Das glaube ich mache ich mal direkt nach dem Kampf. Ja, das habe ich irgendwann in Folge 1 gesagt, das ändere ich dann. Aber, ja, hat ein bisschen gedauert. Ich habe übrigens in den Einstellungen gesehen, man kann die Bewegungssteuerung an und aus machen. Fragt mich nicht, was... Was? Nein, ich wollte nicht fliehen. Das ist gekrüftet. Ähm, fragt mich bitte nicht, wofür man die Bewegungssteuerung gebrauchen kann. Ich weiß es nicht. Die gab es damals nicht. Und, äh, keine Ahnung, wo man die hier braucht. Falls einer von euch weiß. Klar, könnte ich es mir gerne sagen, aber... Ich habe keine Ahnung. Habe ich halt gesehen, aber ich habe mich darauf reagiert. Habe es nicht ganz realisiert. Wie gemein! Wieso, du hast dich doch schön amüsieren können. Oder nicht? Hör mal ganz genau hin. Kannst du die Rufe der Pokémon hören? Äh, ja. Ich spiele nicht auf Mute. Einstellungen. So, wir wollen das Textfenster ändern. Zu irgendwas fancy. Ich würde sehr sagen, so... Ja, sowas vielleicht in der Art. Du, 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 du. Sowas vielleicht. Oder... Das ist auch ganz cool. Oder das. Das ist auch ziemlich cool. Das war es auch schon. Dann würde ich sagen, wenn wir das hier oder das hier. Nehmen wir mal das hier. Ich denke, das hier ist ganz cool fürs Erste. Ich mag das irgendwie. Du, 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 du. Ähm... Oh, einen Supertrank finden wir hier. Das finde ich super! Oh Gott. Hier gibt es ein paar Beeren. Die können wir direkt wieder einpflanzen, nachdem wir die rausgezogen haben. Und verdammt, ich habe vorhin auch noch mal ein paar Beeren eingepflanzt. Die habe ich jetzt nicht, äh... Ich habe mich jetzt vergessen zu wässern. Das könnte ich eigentlich auch noch mal eben machen. Weil wenn man die nicht wässert, dann bringt es halt nichts, ne? Ich glaube, das ist offensichtlich... Du, 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 dum, 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 dum. Nein, Pokeball. So, du willst doch kämpfen? Richtig! Ich frage mich, welche Pokémon man in dieser Gegend findet. Äh... Geh einfach ins Gras und schau selbst nach. Brauchst du ja nicht das Gras so anzugrübeln und zu sagen, hm, was können die meine Narbe finden? Einfach reingehen und dich einfach überraschen lassen. Oh, oh. Scheinungsgegen, bammeln ihn. Ich glaube, da gibt es einen offensichtlichen Gewinner. Deshalb muss ich schnell rausrutschen. Schwitschen. Ich muss sowieso jetzt zurückrennen, weil ich möchte mich gerne heilen. Oh, yeah. Das wäre ganz glücklich. Oh, mein Gott, der Blick. Oh, so groß nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Bis dann! So, sie hat noch einen Bumut, meine ich. Was ist das richtig gesehen? Oh, Pachirisu. Ja, aber Pachirisu muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das Ding ist nervig. Das Ding ist nervig. Mehr kann ich nicht sagen. So, nochmal drauf da. Charm. Oh, oh. Ist es vom anderen Geschlecht? Oder... Oder war es? Oder war das die andere Attacke? Charm. Also es gab auf jeden Fall eine Attacke, die das Gegner, die das andere Geschlecht bezirzt. Und dann kann man nur halb so oft angreifen, weil er starr vor Liebe ist, aber das war, glaube ich, gerade eine andere Attacke. Ich dachte, Charme wäre das. Okay. Ne, das senkt anscheinend nur die Attacke sehr stark, aber... Ändert sowieso nichts, weil Rasierblatt ist Spezialangriff und nicht Normalangriff. Haha. Was für ein Schock! Wie konnte ich nur verlieren? Indem du die falschen Sachen eingesetzt hast. Und schlechte Puganas. Was ich über Pugman weiß? Gute Frage! Es gibt weibliche und männliche. Und bei manchen ist das Geschlecht unbekannt. Ja, weil sie kein Geschlecht haben. Da habe ich jetzt oben gewässert, ne, oder? Ich habe jetzt wahrscheinlich oben nicht gewässert, oder? Oh, ich habe mich nicht gewässert. Und dann labere ich davon. Ja, komm, wir lassen uns schnell alles wässern. Und dann habe ich aber vergessen. Okay. Ja, gut. Zumindest gibt das jetzt schnell nach dem ersten Mal gemacht haben. Achso, die haben wir schon. Okay. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz heilen und hier die Blumenwässer an. So, da bin ich wieder. Und hier ist noch ein Häuschen, in dem wir nicht reingegangen sind. Was gibt es denn hier? Glaubst du, du schaffst das Ganze allein durch den Ewigwald? Ich denke schon. Und warum driftet mein Stick wieder? Das ist doch aber absolut nicht okay. Ja, das ist manchmal so. Du siehst mir da aus. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Och, was? Die kann man heilen? Och, dann bin ich nochmal extra zurückgeladen. Weißt? Ach, egal. Okay, dann war ich das zumindest für den Wald. Wenn ich aus dem Wald rausgehe, dann kann ich hier wieder heilen. Da muss ich mir ganz zurück zur Stadt gehen. Na ja, gut. Immerhin etwas. Hier links ist auch irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung, wie man hier links hinkommt. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Hier hinten ist auch irgendwas. Hier ist der Ewigwald? Achso, wahrscheinlich die Seite. Na gut. Hier geht es nämlich rein in den Ewigwald. Wie der hier auch sagt, oder? Ja, Ewigwald. Im Ewigwald leben viele Gift-Pokémon, aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Gehe ich weiter oder kehre ich lieber um? Ja, je nachdem. Ob du es eilig hast oder nicht. Und die Musik vom Ewigwald ist für sehr viele die wunderschönste Musik in ganz Pokémon. Und ich kann das verstehen, warum das so viele sagen. Ist sehr schön. Wer bist du denn? Hallo, mein Name ist Reißer. Und du bist? Oh, du heißt also Maike. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hör mal, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald. Aber so ganz alleine habe ich viel zu viel Angst. Hier sollen nämlich einige zwielichtige Gestalten herumlungern, die sich Team Galactic nennen. Zusammen ist man weniger allein, heißt es doch. Lass uns den Wald also gemeinsam durchqueren. Du gehst gemeinsam mit Reißer weiter. Ich werde deine Pokémon stets in Top-Form halten. Du, 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 ewigwald und die Zeit steht still. Mein Pokémon wurde vergeftet und kann daher derzeit nicht kämpfen. Ich wusste, ich hätte mehr gegen Geft im Pokémon-Supermarkt kaufen sollen. Ach, da ist mitgekommen, der Junge. Von da unten. Tja. Äh, äh, äh? Dein Ernst? Hier ist doch eins. Komm, ich gib's dir. Will's Pokémon, der ist schon weg, der Typ. Na ja, egal. Egal. Ja, das Besondere an diesem Wald ist, dass es hier Doppelkämpfe gibt mit Reißer. Und sie hat einen Scharnera. Ähm, man muss auch nicht unbedingt kämpfen. Problem ist halt, bei den Doppelkämpfen, damals sagte ich mir, boah, die sind voll cool. Heutzutage denke ich mir, hör auf, mein Pokémon umzubringen, weil ich versuche, zu fangen. Und das ist ein besonderer Stein. Der Stein ist von Moos bedeckt und fühlt sich ganz weich an. Ich glaub, bei dem Stein kann man ein Evoli zu nem Vollipope entwickeln, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich meine irgendwie dafür wäre das da. Ja, hier gibt's auch viele verschiedene Pokémon. Unter anderem noch welche... Ach, hier ist eine Abkürzung. Unter anderem noch welche, die ich gerne fangen möchte, aber... Das kommt noch alles. Das ist sowieso alles auch so gut. Wir gehen bloß ein bisschen spazieren. Du fragst dich sicher, was cool ist, oder? Nein? Tja, ich sag dir trotzdem, Käfer-Pokémon. Ich meine, man kann sich trotzdem so ungefähr denken, was man hier so fangen kann, finde ich. Außerdem, die Trainer in der Umgebung haben öfters mal die Pokémon, die man hier auch fangen kann. Ich meine, hier gibt's auch... Ja, wir haben jetzt auch Baumwolle, der Baumwolle haben wir schon öfter gesehen, aber... Ne, als Beispiel kann man ja auch fangen. So, Checkereien kämpft natürlich, weil Bumbling ist halt dann noch zu schwach dafür, dass das Problem... Oh, Funken-Sprung. Da muss man aufpassen, die Attacke ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Also klar, Elektro-Taken gegen meinen Pflanzenviech ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber... Genere hat das sehr viel Schaden gemacht, auf jeden Fall. Egal, es ist mir doch egal. Ich mach' Rasierblatt und dann sind sie bald down. Keine Chance gegen mich. Ich vernehmte euch mit links. Oder auch mit rechts. Genere ist paralysiert. So im Glück bin ich es nicht. Haha. Was? Das hat nicht gereicht? Bütterkuss. Genere setzt auch so Attacken ein, die man... Die man bei längeren Kämpfen eingesetzt. Aber das hier ist so ein ganz kurzer Kampf. Ich meine, guck dir die Bufel an, die wir haben. Das ist ein Loops. Kommt schon, Genere. Denk ein bisschen klüger. Einfach angreifen. Einfach draufhauen. Du machst einfach so wie ich. Einfach eine Doppel-Hit-Attacke haben. Ich meine, Rasierblatt wird irgendwann auch abgelöst. Das ist klar. Eine Attacke wird immer wieder abgelöst. Bis halt 100, 100 steht. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber Rasierblatt ist trotzdem ziemlich gut für Doppelkämpfe. Du-du-du-du-du-du-du. Level-up für beide. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, solche Stimme geht auf niemanden, denn der Kampf ist vorbei. Oh, nee, noch nicht. Noch nicht. Ja, ich denke mal, dass Rasierblatt trotzdem mir noch die gute Wahl ist. Ich meine, ja, Papinella hat bestimmt irgendwie Flügelschlag oder so, aber... Oh, Windstoß. Oh, oh. Ja, das macht ein bisschen Damage, aber... Oh, nicht so viel. Ich hab' mehr erwartet. Vor einem vollentwickelten Pokémon. Das Gute an Käfer-Pokémon ist ja, dass sie schnell stark werden. Aber halt später am Spiel sacken. Also so ein... Weiß ich nicht, so ein Wumpel entwickeln sich schon auf dem Team und dann wieder mit 10 oder so. Ist doch nicht mit fast allen Käfer-Pokémon so, dass er sich sehr schnell entwickeln. Also mit dem Meisten ist es halt so. Ihr seht schon. Flugattacken sind sehr effektiv gegen meinen Schildkerer. Oder Schildkerer ein. Wenn es sich entwickelt, nochmal entwickeln sollte, hat es sowieso einen besseren Namen. Aber der Kampf da oben geht gerade für meinen Geschmack um ein bisschen zu lange. Oh Gott, der Zyper hat ja auch drei Pokémon, sehe ich gerade. Komm, hau ab. Zeig das nächste und dann ist ich schnell weg hier. Nicht, dass ich den Wald nicht mag oder so. Ich möchte den Wald Musik hören. Lass mich aus dem Kampf raus. Nicht, dass ich schnell aus dem Wald raus will. Ich will nur schnell aus den Kämpfen raus. Dankeschön für die... Für das Weichei, glaube ich, war das. Oh, Schaloko, die Weisentwicklung von Wumpel. Und die Vorentwicklung von dem Viech, was wir gerade gesehen haben. Oder... Eins davon war es auf jeden Fall. Schaloko oder das andere. Vier auf Hanikon. Sind es für mich immer die gleichen Pokémon? Mir egal. So, also bist du weg. Ciao. Mit deinen 5 FPS Augen. Weniger vielleicht sogar. Oh, yes! Yes! Aquaknarre! Tschüss! Yeah! Komm, mach einfach irgendwas weg. Egal. Alles schlecht, was du hast. Aquaknarre ist gut. Eine Wasserattacke kann sich wehren, Leute. Yeah, 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 yeah. Oh nein. Es hängt mich so auf, wenn Leute nicht einsehen wollen, dass Kieferpuppe total cool sind. Sorry, ich sag nur die Fakten. Es tut mir leid. Cool, es scheint nicht automatisch zum Sieg zu führen. Nö. Ihr geht wirklich im Wald, wir möchtest nur so von Kieferpuppe. Zu allem Übel habe ich kein Gegengift besorgt. Was für ein Albtraum. Haha. Ein Parallel. Wie Orte wie dieser hier ist, ist es glaube ich ziemlich gut gewesen, dass ich jetzt die Musik ein bisschen hochgedreht habe. Oder? Habe ich recht, ihr beiden Psychos? Wenn Pokémon und Trainer einander blind verstehen, entsteht eine besondere Energie. Ich sehe sie. Ich kann sie deutlich sehen. Deine unmittelbaren Niederlage. Ja, anscheinend ist sie da irgendwas ganz anderes. Hast du dich wohl verwechselt? Oder ihr beide habt euch verwechselt? Beim Psychos. Nur Abras. Ja, was wollen die machen? Ladestrahl, Teleport? Toll. Das stimmt, Balmody hat da doch gar keinen, so'n, äh, so'n Ball-Effekt. Keine Ball-Deko. Das muss ich auch mal ändern. Oh, Energieball. Oh, du hast keine Schaden machen. Was? Ein Crit. Ja, natürlich. Verdammt. Hat das viel Damage gemacht. Nein. 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 Ich wollte Heilung. Oh, nein. Ich will nicht wieder zurückrennen. Und da renne ich wieder zurück? Ach, ich weiß es nicht, Leute. Soll ich wieder zurückrennen? Halt nicht irgendwie meine Partnerin mich auch irgendwie. Ich meine, sie kann dann auch irgendwie heilen. Ach Gott. Na gut, wenn ich zurückrenne fürs Heilen, dann werde ich aber hier die Folge beenden. Ja. Wie ihr sehen könnt, Abras können nichts. Welche Niederlage? Eure Niederlage. Entgegen allen Erwartungen bin ich, dass sie die Niederlage davon trägt. Ja. Sie sehen irgendwie ganz anders aus als sie beiden. Es gibt noch viele Rätsel auf dieser Welt, die gelöst werden wollen. Eigentlich gilt die alte Welle als verlassen. Keine Menschenseele soll hier mehr hausen. Und doch ist mir, als würde ich eine Präsenz herumwabern spüren. Aha. Ich möchte gerne mit meiner Partnerin reden. Ich erschrecke immer etwas, wenn plötzlich zwei wilde Pokémon gleichzeitig auftauchen. Okay, sie hat mich anscheinend nicht. Dann renne ich zurück und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Pokémon Leuchtende Perle. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020